In wenigen Wochen ist es soweit, Nina Enzmann wird vorerst zum letzten Mal als Jessica bei GZSZ zu sehen sein. Achtung! Es folgen Spoiler! Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, die GZSZ-Fans müssen nun stark sein. Ende Oktober hatte Nina Enzmann volle Freude verkündet, dass sie zum ersten Mal Mama wird. Und auch für ihre Serienfigur Jessica läuft es derzeit ziemlich gut. Die angehende Krankenschwester macht sich in ihrer Ausbildung ziemlich gut. Und auch in Sachen Liebe gibt es positive Veränderungen für sie. Jessica hat sich in Philipp, Jörn Schlöhnfugt, verguckt, und der sich auch in sie. Dennoch hadern die beiden aktuell damit, ihren Gefühlen füreinander freien Lauf zu lassen. Bereits seit Wochen fiebern die Zuschauer Sternchen innen auf den ersten Kuss der beiden hin. Bisher jedoch vergeblich. Ob sich das noch ändern wird? Schließlich hat sich Nina Enzmann nun in die Babypause verabschiedet, Nina Enzmann verrät. Wie es mit Jessica weitergeht. Während für Nina Enzmann die Zeit bei GZSZ vorübergehend zu einem Ende gefunden hat, ist ihre Figur Jessica noch im TV zu sehen. Doch das ändert sich bald. Wie Jessica den Kollekiez verlassen wird, verriet die Schauspielerin jetzt in einem Interview mit RTL. Wieder einmal schafft es Jessica, sich in eine unangenehme Situation zu bringen. Es folgen Konsequenzen, welche, demnächst bei RTL. Wer auf weitere Infos zur Love Story rund um Jessica und Philipp gehofft hat, wird natürlich nicht enttäuscht. Auch hierzu ließ sich der GZSZ-Star die ein oder andere Aussage entlocken. Ob das nicht sogar nach einem möglichen Happy End klingt? Jessicas und auch Philips Liebesleben waren, bis sie sich trafen, von Katastrophen gezeichnet. Nun halten beide zusammen und stehen füreinander ein. Letztendlich wird das, Match mit Hindernissen, vielleicht zur großen Liebe. Mit wahren Gefühlen füreinander. Was sie aus dieser Erkenntnis für sich und ihre Beziehung ziehen und ob das alles so weitergeht, werden die Zuschauernden bald erfahren. So lange müssen die Fans auf Nina Enzmann verzichten. Mitte Januar wird wahrscheinlich die vorerst letzte Folge von Nina Enzmann als Jessica über die TV-Bildschirme laufen. Der Abschied ist jedoch nicht von langer Dauer. Die Schauspielerin wolle so schnell wie möglich wieder zurück ans Set der Daily kehren, sehr zur Freude ihrer Fans. Bereits im Sommer 2024 soll es wieder so weit sein. Der GZSZ-Star wird die Dreharbeiten wieder aufnehmen, jedoch nicht direkt im vollen Umfang.